es könnte knapp achte auf das pendel wo die haben jetzt alle angehalten das gut läuft ja mitbekommen oder spiele so ein scheiß spiel der maul ja stimmt ja ich erinnere mich ich darf hier nur aus drei kamera winkeln wählen ja stimmt weil es wäre einfach ein jump and run wenn ich es mit der spiele sehen würde wo er hingeht springt ja fick dich das war das dämliche an der map ich erinnere mich aber wir haben die mütze was machst du behinderte affe hier die 15 nee nee warte mal das war die 15 genau aber da drüben war das andere ich drück gegen die mauer hör auf davon weg zu gucken was haben wir so fick dieses wix game ach so natürlich was ist das denn für eine scheiße ich drücke den stick nach unten fuck off es kann doch nicht sein es ist ein beschissenes dreck spiel es ist wirklich kein gutes spiel tschuldigung wenn es an der portierung liegt dann ist nintendo selber schuld aber es ist einfach zu kotzen so hier geht's hoch ich würde so lachen wenn es auch wirklich an der portierung liegt kommt dann halt hier nochmal ich bin ein vollidiot mario gut dann machen wir es halt jetzt einfach langsam so langsam wie möglich damit man auch ja keinen spaß hat bei dem spiel wenn man 100 jahre wartet und hepp und hepp und hepp knapp achte auf das pendel welches pendel hier sind 5000 pendel den einen stern haben wir soll da ist ein stern wo soll man denn da hinkommen von wo von da oben ein echt sprung da rüber also ein weitsprung und da landen ich kann mir vorstellen aber oh hä was könnte locker zwei hoch na nicht die verarschen dieses scheißspiel ich darf nicht nach links gucken das ganze raum ist halt links von mir also von jetzt vom links geht nicht ist das so ein wohles spiel ich darf die wand darf ich mir angucken da richtig geil kann ich mich gut umgucken was ich überhaupt machen muss ob da gegner sind muss ich aufpassen ist hier irgendwas wichtiges vielleicht ein stern wüsste ich nicht mal das ist so ein fuck off spiel du kippst einfach nur du machst nichts besonderes was ist da rüber ja aber hier waren wir doch schon ich muss immer in diese ansicht gehen damit ich überhaupt sehe wo ich bin das ist ein kacke oh nein nein dreh dich doch jetzt das heißt nicht drehen und keinen schritt machen eins zwei drei drei guck mal den hätten man zum beispiel gar nicht gesehen der kommt nicht aus der richtung in die man nicht gucken darf toll spielt toll scheiße weg so die roten münzen erzählen 1 2 3 7 8 ja alle da aber nicht alle hängen direkt unter dem ding ne und dahin da ist nämlich ein gatter immer am ende du kannst du gar nicht hin so eine andere mechanik geben ja so achte auf das pendel so jetzt sind wir da wo wir den stern schon haben gut und nun was soll ich jetzt machen woanders gehst woanders gehst kein anderer weg was soll denn das scheiße woanders andere sterns die wir gesehen hatten unter mir mist also müsste ich hoch geht aber nicht wenn ich mich hier ok auch mit mir den einfach oder jetzt was solls lass dir den weg zeigen ich lass mir gar nichts zeigen ne spiel hä wer ist jetzt der bessere ok das ist so ein scheißspiel achte auf das pendel gut das wäre stern 3 gewesen achte auf das pendel ich bin nicht runtergefallen cool stern nein münzen ich muss einfach nicht in den raum gucken in diesem level das ist so geil hier sind die roten ah ah ne was ne die sind ganz anders ah wie war wo war war ok achte auf das pendel da ist ein pendel ja achte auf das pendel ok warte das spiel sagt achte auf das pendel das ist so random cool cool hm aha falsch langsam ja 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 ich achte auf das pendel gut ich kriege jetzt mal einen stern dann habe ich genug auf das pendel geachtet ah 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 da hat es mir wieder gekriegt ja toll und nur ich würde mich da oben festhalten was ist da hinten du hast gesehen dann ist was du ok ich kann nicht in die stange hüpfen nö anscheinend nicht achte auf das pendel achte auf das pendel die ganze bezeichnung für dieses level ist aber auch das einzige pendel hier ja ich habe keine ahnung was das denn ist für die kamera an sich ja das war jetzt das war jetzt das war jetzt achte auf das pendel ja das ist jetzt ganz einfach hier ist noch ein pendel stimmt münzen also der zeige hätte mich darüber bringen sollen eigentlich ja aber den einfacheren stern mit achtet auf das pendel minimals runtergefallen gegner bewegen sich aber trotzdem noch ich weiß nicht was ich hier tun soll willkommen hoch es geht weiter geht's nicht weil sich das nicht bewegt das müsste nämlich hoch und runter fahren nämlich das müsste hoch und runter fahren tut es aber nicht deswegen kann ich jetzt gar nicht weiter ja und was habt ihr gesagt a drücken okay wenn es stoppt ist schlecht dann nur um dreiviertel mal gucken was das macht das ist langsam das sieht doch schnell aus das spiel meinte b ich habe ja alles gedrückt und er ist bei allem hochgeklettert ist egal fuck off das spiel das ist so eine wort um kurz nach das ist jetzt langsam weil wenig zeit vergangen ist seit die stunde rum ist das wird nicht groß langsamer aber ja 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 achte auf das pendel achte auf das pendel ihr werdet müde müde ganz müde ihr drückt den subbutton und weltaus verschenken 100 stück die strafe kommt so vor was ist denn los bestätigen noch das ist mir die strafe instant und aber kam auf der wickseite zu steig braucht dann deine bankdaten dafür nicht genug drauf dafür und so einfach nur geld so das sind beide pendel ich weiß aber nicht mit was achten ey okay und wird na die die der und ä und die para Das Schlimmste ist halt eigentlich, dass unten kein Boden ist. Sonst wäre das ja angenehm und auch nicht so stressig. Das ist ein Level, das stresst mich einfach nur durch seinen Aufbau. Das sieht aus wie ein Stück Käsekuchen. Geil. Oh cool. Ein One-Up erstmal. Oh ne 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 ne. Einfach keine Ahnung was hier überhaupt ist. Der soll mich hochwerfen hierher, du mich auch. Klar. Oh. 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 Es ist ja noch Zufall, ob das Ding da ist oder nicht. An den Ständen könnte man kommen. Und zwar, wenn das Ding eine so rüberflippt. Oh, sagen wir mal probieren. Ja, hier ist. Ich muss da drauf springen, dann da drauf, dann da, dann da, dann irgendwie, ne, da komme ich auch nie hoch. Ja, komm, lass den Yolo-Ding machen. Mal erst mal gucken, was in den Mücken. Nein, nein, hier ist was. Nein, 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 geh weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das ist doch scheiße, ey. Oh mein Gott. Oh, das ist eine Mundharmonika wahrscheinlich. Geh hoch. Alter. Ich kann es doch nicht sehen, wie weit ich weg bin. Oh Gott. Da. Danke. Flippen lassen. Es ist, was weiß ich, wo es ist. Es ist. Das können wir so ein paar Mal machen, bis ich keine HP mehr habe und dann bin ich tot. Das ist scheiße. Es ist ein Ratsgame. Da, gucken wir mal. Zeige, richtige Kameraeinstellung. Easy. Das möchte ich halt die ganze Zeit haben, mich so frei zu entscheiden, wohin ich gucke. Nein. Da. Ich sehe noch nicht mal, ob ich in Line bin. Und ich kann nicht. Nee, guck, ich stehe mich ein Stück weit rechts. Das sollte passen. Gut. Was ist das gemeint mit Pass auf das Pendel auf? Ich will da nicht nach rechts, äh, nach links. Ach, lass mich doch nicht mal gucken. Was ist das denn? Da fährt doch noch was hoch und runter. Oh mein Gott. Oh. 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 Das ist gleich geschafft. Jetzt zurückbleiben. Ja. Achte auf das Pendel. Das war das mit dem Pendel. Okay. Ja. Easy. Ja, total easy. Das war richtig easy. Was kommt jetzt? Dampfe mächtig auf. Wo? Wo? Er gewöhnt mich. tic-tac-trauma ist aber auch meiner meinung nach das schlechteste level im ganzen game dass ich sonst trauen mal stampft hier ist da sind die zahnräder dampf gewaltig mächtig auf mächtig jawohl was ausstampfen erklärung etwas mehr nicht hilfreich spiel da guck mal hier und schon drunter gefallen da muss ich machen wenn die zeit steht oder er kann es ja vergessen nicht rutschen rutschen ist böse das wissen wir und jetzt das ist vereint alles was ich in einem jumping puzzle nicht mag in guild wars das ist teilweise mit zeit gedöns wenn du runterfällst bist du ganz tot oder ist halt relativ von vorne anfangen das lässt mich von haus aus dann schon richtig gut das spielst du sehr doch noch ein bisschen teppich fliegen haben vorhin links genommen und immer jetzt aber den rechten teppich überhaupt so weit kommen aber sterben sind wir tot ich dann weiter für fünf stunden ist schon viel spiel geht schon an die substanz nervlich merkt man ja kaum ich stelle mich hinten hin und springen über h Aha! Okay, wo war das? Pardew mehr! Hm, 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 hm. So, den man ja mal rechts, haben wir gesehen. Keine Ahnung, wo das hinführt, das ist der Fliegefigger. Der Fliegefigger. So, ich, äh, muss ich, geh nicht da durch, geh nicht da durch, nein, ne, was? Was? Ihr vertiebt das noch! Vertiebt das! Autostroller sind halt auch unglaublich geil. Gut, wir lassen sich, dann, na, was geht, ja, weiter. Gibt sich nur die Kameras 180? Hier darf ich gar nichts machen mit der Kamera, hm. Nein. oh mein gott was ja ich sehe das danke tschüss was ist denn das für ein scheiß suche das haus am himmel da war der zweite ich habe den ersten spiel vergessen habe ich schon mal gesagt dass ich keine lange aufmerksamkeit spannen habe deswegen die autoscroller sind für mich ich drifte im kopf irgendwann so irgendwann weg also herr schneider leider besteht kein zweifel mehr sie sind vergiftet worden aber womit denn um himmels willen keine sorge das werden wir bei der obduktion feststellen gut so das ist ja eh gerade sehr ruhig ne wollen wir es für heute gut sein lassen und noch eine runde ftl spielen ja oder wir hatten auch noch keine pause heute oder ne hatten wir nicht ich würde jetzt erst weil jetzt es ist es wird nur schlimmer das war jetzt ein stream mit mario der gut war ich habe mich noch ein bisschen aufgeregt ich habe noch manchmal die entwickler beleidigt und in die naja nicht nur die kratzer in den hals gewünscht und noch ganz andere sachen ähm lass das doch jetzt beenden hier oder ja